so das ganze muss man auf tik tok aufnehmen ich bin hier am serie gucken meine freundin liegt drüben mit meiner hündin akira mit dir da brauchst du auch nicht so zu gucken und dann sagt sie mir sie hätte etwas gemacht was hast du gemacht wollen wir mal zusammen gucken gehen komm 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 guck mir mal was hast du gemacht komm 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 hier hierhin komm 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 ja komm ja bist du fein ist gut komm hier komm guck mal wie die schleicht guckt euch das an warum schleicht so was hast du denn gemacht ja komm komm gucken wir zusammen komm 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 was hast du gemacht Schauen wir mal beide in das Zimmer reingucken, was du gemacht hast. Pfötchen. Für was Pfötchen? Willst du dich entschuldigen? Für was denn? Was hast du gemacht? Was ist das denn hier? Oh. Was ist denn hier los? Was hast du mit deinem Kissen gemacht? Was hast du mit deinem Kissen gemacht? Ein Kissen ist zum Schlafen da, ne? Da ist dein Futter. Warum zerfetzt du das Kissen? Was soll das? Ist das so ausgelastet? Hm? Was soll das? Wer macht das jetzt sauber? Wer macht das jetzt sauber? Wer macht das... Wer macht das jetzt sauber? Hm? Schatz, du weißt, was du zu tun hast, ne? Schatz, du weißt, was du zu tun hast, ne? Vielen Dank.